Hallo Leute, ich bin's hier wieder, eure Sabrina. Und wir sind gerade hier nach Silverglade gekommen. Wir haben ja im letzten Video das D'accord-Hauptquartier ausspioniert und... Es ist hier was passiert in Silverglade. Also, guckt euch das mal an hier. Hier ist so ein Riss. Und die Leute hier werden echt massakriert. Na, hier sind... ...diese ganzen Risse auf einmal. Und diese Schattensucher. Oh mein Gott! Mal gucken, was der Ratzenmann für uns hat. Wie in einer rosa Wolke heißt die Quest. Sabrina, Gott sei Dank bist du auch hier. Schau, was für schreckliche Sachen hier im Dorf passiert sind. Es ist ein Desaster, eine Katastrophe. Ist das der Anfang vom Ende? Ist das der Weltuntergang? Werden Silverglade und Jorvik so untergehen? Verschlungen in einer rosa-lilanen Wolke? Ist Garnok gerade über uns? Wird er uns alle kriegen? Alex sagt, dass wir die Stadt vielleicht immer noch vor diesem Unglück retten können. Nicht wahr, Alex? Du musst doch etwas tun können, um uns zu retten. Du musst uns retten. Also jetzt sprechen wir erstmal mit Alex. Beruhige dich, Ratzmann. Entspann dich mal. Wir finden schon eine Lösung dafür, bevor die Welt untergeht. Aber wir müssen uns beeilen. Irgendwas hat den Zorn des Garnok richtig erweckt. Und ich vermute, das ist das Ergebnis dieser bescheuerten Sachen, die die Schurken von D'Akhor getrieben haben. Was glaubst du, Sabrina? Schattensauger? Hexe? Sag uns, was wir machen sollen. Sabrina, deine Idee, den Schattensauger zu benutzen, könnte glatt funktionieren. Reite rüber zur Hexe Pi und frag sie, ob du das schattensaugende Gerät ausleihen kannst. Ich bleibe hier und versuche, die Dorfbewohner zu beschützen, indem ich panderische Kraft unter Kontrolle halte. Reite zu Pi im Wald und frag sie nach dem Schattensauger. Dies ist ein Notfall. Das ist hier wirklich ein Notfall, wenn ihr euch das hier anguckt, hier in Silverglade. Also, das ist ja richtig heftig, was hier abgeht. So. Wir nehmen den Transporter jetzt zur Reitarina und machen uns jetzt erstmal ganz schnell auf den Weg zur Hexe Pi, um diesen Schattensauger halt zu bekommen. Den haben wir jetzt zum Glück schon mal zusammengetüftelt und ausprobiert. Aber, das ist halt echt ordentlich, was da abgeht. Also, das ist ja richtig, was da abgeht. Das ist echt nicht schön. Das ist ja richtig, was da abgeht. Das ist der arme Ratsmann hier in Silverglade. Da muss ja da Todesängste ausstehen. Also immer diese Kurve, also da komme ich einfach nicht ordentlich rum. Na los, Dream Dancer. Hü, wir wollen da hoch. Und Pi, du musst uns jetzt helfen hier. Hallo? Treffen wir uns denn mal zu diesem Mittagessen, das wir diese Woche mal angesprochen hatten? Ich habe Krabbenschenkel mit gekochten Froschklauen und pochierten Schlangenaugen, hm? Das ist nicht was für dich? Ach, du bist ja ganz blass. Du warst wohl schon lange nicht mehr in der Sonne. Nicht wie Katastrophe vom katastrophischen Ausmaß in Silbergil? Du willst den Schattensauger benutzen? Ich habe den Schattensauger sogar ein bisschen verbessert. Der Staub der Lichtwesen hat ihn extra magisch gemacht und ich habe das Gerät sowohl magisch als auch mechanisch verbessert. Ich habe gezaubert und geschraubt. Aber ich brauche ihn noch bis morgen, damit er komplett fertig ist. Was? Das reicht dir nicht? Erkläre Pi, dass wir den Schattensauger jetzt brauchen. Kann das nicht bis morgen warten? Du meinst, wir haben keine Zeit, weil Silverglade sonst weg sein könnte? Ja, ja, ihr jungen Leute seid immer so in Eile und macht immer das größte Drama aus dem mickigsten Ding. Naja, nimm den Schattensauger, aber behandle ihn vorsichtig. Keine Ursache, Sabrina. Neben den magischen Veränderungen habe ich auch die Saugkraft des Schattensaugers verstärkt. So kannst du auch weiter entfernte Schattensucher aufsaugen. Unfassbar, oder? Du wirst nicht unbedingt die Größten und Stärksten erwischen, aber die meisten Schattensauger, also Schattensucher soll das wohl heißen, werden eingesaugt werden. Gut, dann reite mal nach Silverglade und verliere keine Zeit. Du bist diejenige, die mich so gehässt hat, meine Liebe. Viel Glück. Vergiss nicht, dass der Sauger hin und wieder ausgeleert und neutralisiert werden muss. Und Avalon, der Droide, wird dir dabei helfen können. So, wir lassen uns jetzt eben schnell abholen, porten dann wieder vom Moorland nach Silverglade, reden da mit Alex und werden dann in Silverglade ein bisschen aufräumen. So, wir lassen uns jetzt eben abholen, Bitteschön, Sabrina, komm hier in den Schutzkreis und hilf mir. Ich kann es nicht länger zurückhalten. Wir sind verloren. Meine Kräfte schwinden. Die pandorische Kraft ist zu stark und wir bald Überhand nehmen. Hast du den Schattensauger dabei? Der könnte uns retten. Beeil dich und sauge alle Schattensucher mit ihm auf. Es gibt noch Hoffnung. Du kannst den Invencer bei mir lassen. Wir sind hier sicher, während du mit dem Schattensauger zu Werke gehst. So, wir lassen unser Pony dann hier stehen und fangen dann schon mal an hier. Okay, wir wollten den Schattensucher einsaugen und dann erwischt uns einfach ein anderer. So, wir machen jetzt hier so ein auf Ghostbusters. So, da kommt es rein. So, wir machen jetzt hier so ein bisschen. So, wir machen jetzt hier so ein bisschen. Einer fehlt hier aber noch. So, wir haben hier alle eingesaugt. Ich wusste, dass du uns retten würdest. Jetzt sind wir endlich diese schrecklichen Schattensucher los, die das Dorf terrorisiert haben. Jetzt müssen wir nur noch diese furchtbaren Risse wegbekommen. Sag mal, wo hast du diesen Staubsauger gekauft? Ich will auch einen von denen. Okay, hier geht es dann erst mal morgen weiter. Oder geht es hier bei Alex? Nein, hier bei Alex geht es weiter. Puh, das war knapp. Aber jetzt ist das Dorf befreit von diesen schrecklichen Schattensuchern. Dieser Schattensucher ist schon ein phänomales Gerät. Also der Schatten... Diese Star-Stay-Berechtschreibung. Also echt. Puh, das war knapp. Aber jetzt ist das Dorf befreit von diesen schrecklichen Schattensuchern. So, das heißt, also hier steht, dieser Schattensucher ist schon ein phänomales Gerät. Dieser Schatten-Staubsauger ist schon ein phänomales Gerät, soll das wohl heißen. Man kann sie hören, wie sie im Sauger vom Lichtgeist-Staub gefangen sind. Einfach phänomenal. Was ich gerade gemacht habe... Oh, das war nur etwas Blitzkreis-Schutzzauber. Meine Soul-Rider-Kraft. Wie du wahrscheinlich eh schon weißt. Vom Blitzkreis. Aber mehr da später zu. Jetzt müssen wir herausfinden, wie man diese Risse schließt, bevor sie mehr Schaden anrichten oder noch mehr schreckliche Schattensucher ausspucken. Der Einzige, der uns dabei helfen kann, ist Fripp. Er sollte uns sagen können, wie wir sie schließen können. Du musst rauf zu verbreiten und ihm um Rat fragen. Wenn es irgendjemand gibt, der uns helfen kann, dann ist er es. Ich bleibe hier und halte die Augen offen, um das Austreten von weiteren Schattensuchern aus den Rissen zu vermeiden. Bitte beeile dich. Ja, das ist uns ja schon klar. Jetzt, wo haben wir unser Pferd geparkt? Okay, hier steht nicht unser Pferd. Wo ist denn unser Pony? Da hinten steht sie ja. Da habe ich dich aber nicht abgestellt. So, wieder nach Wendell Village. So, dann besuchen wir mal Fripp. So, wie ihr nach Fripp kommt. Das wisst ihr ja. Einmal hier die Spirale entlang reiten. Dann öffnet sich ja das Tor zwischen den Räumen und der Zeit. Zeit und Raum verschmilzen. Alles ist still und immer in Bewegung. So, da ist unser kleiner Fripp. Willkommen zurück in meiner Zeit, Sabrina. Ach, diese Erinnerung pandorischer Risse? Um Himmels Willen. Dieses Mal scheint es richtig schlimm zu sein. Wir hatten wirklich gehofft, dass dieser Riss, den du in den Golden Hills geschlossen hast, nur eine einmalige Angelegenheit war. Aber nein, es scheint nur der Anfang von etwas Schlimmeren gewesen zu sein. Da war wohl das Ergebnis der bösartigen Machenschaften von D'Akhor. Sie haben das eh schon empfindliche Gleichgewicht zwischen Pandoria und unserer eigenen Welt durcheinander gebracht. Der sogenannte Garnock-Effekt hat begonnen. Möge Aiden mit uns sein. Der Garnock-Effekt muss verlangsamt werden, sonst werden wir ihn nicht aufhalten können. Aber du könntest uns mit der unmittelbaren Bedrohung helfen und den Garnock-Effekt bremsen. Um den pandorischen Riss ins Silvergläde zu schließen, musst du die Zauberkräfte des Blitzkreises einsetzen. Bist du bereit, etwas über den Blitzkreis zu erfahren? Höre Fripp zu, was er zum Blitzkreis zu sagen hat. Hör zu, Sabrina. Der Blitz schützt vor Krankheit, Hexerei und bösartigem Zauber. Wenn du diese Kraft des Blitzes sammelst, kannst du dich vor Zauberei schützen, die gegen dich verwendet wird. Für einen Soul Rider gibt es zwei verschiedene Blitzkräfte. Eine zum Schutz vor böser Magie und eine andere zum Angriff, dem Soul Strike. Der Blitzkreis ist der traditionelle Pfad eines Kriegers. Große Macht bringt große Verantwortung. Der Blitzkreis erfordert große Weisheit und Vorausdenken von seinen Mitgliedern. Die Druiden wissen, dass du einzigartig bist. Dadurch, dass du die Kräfte aller vier Kreise gemeistert hast, selbst wenn du die hier noch nicht ganz bewusst bist. Ich werde dir jetzt zeigen, wie man die Kraft des Blitzkreises nutzt, um die pandorischen Risse zu schließen und Silverglade zu retten. Trainiere viel, damit sich deine Blitzkreiskräfte weiter verbessern und du sie verbessert einsetzen kannst. Die bevorstehende Übung ähnelt dem, was du tun musst, um die Risse in Silverglade zu schließen. Es ist so etwas wie eine Simulation. Ich werde eine schwächere Version des Portals zwischen Pandoria und unserer Dimension öffnen. Das ist etwas, was wir noch sehr oft machen. Du musst dann folgende Schritte befolgen. Steige von deinem Pferd ab. Stelle dich neben den rosen Nebel und neutralisiere sein Schutzschild, indem du den Schattensauger auf der rosen Energie verwendest. Dieses Gerät wird perfekt dafür sein. Du musst auf die bläulichen Stitternfunktionen aufpassen. Sie sind etwas schwerer zu erkennen im rosen Nebel. Benutze die Kraft des Blitzes, um die blauen Funken zu entfernen. Jedes Mal, wenn du ein Stück eines blauen Sterns entfernst, sinkt die Kraft des Pantorischen Portals. Wenn seine Kraft aufgebraucht ist, schließt sich das Portal und verschwindet. Wenn du es nicht schaffst und das Portal seine maximale Kraft erreicht, wirst du es vielleicht nie wieder schließen können. Okay. Da sind die Sternchen. Gut, wir steigen jetzt erstmal ab. So, da kommen die blauen Sterne. Wir sammeln sie hier mal alle schön ein. So, wir haben den Test bestanden. Schau dir mal das an. Du weißt wirklich die Kraft des Blitzkreises zu nutzen. Du bist außerordentlich talentiert. Nie enttäuscht du uns. Elisabeth hatte recht mit allem, was sie über dich gesagt hat. Je mehr du die Kräfte des Blitzkreises trainierst, desto leichter wirst du die Risse zwischen unseren Welten schließen können. Damit dein Schattensauger echt Pantorischen Portalen standhalten kann, brauchst du Avalons Hilfe. Der dir den Sauger noch weiter verstärken kann. Er wird das mit Hilfe der Schattensauger schaffen, die du in Silverglade gefangen hast. Er wird das mit Hilfe der Schattensauger, also da ist schon wieder ein falsches Wort drin, schaffen, die du in Silverglade gefangen hast und die gerade im Beutel sind. Geh zu Avalon in Valenday und sag ihm, dass er dir helfen muss. So, wir reiten hier dann jetzt erstmal wieder zurück. Oder auch nicht. Da ist das Portal. So, auf nach Avalon, der unseren Sauger jetzt erstmal perfektioniert noch. Sehr interessant, sehr interessant. Pantorische Risse, das ist nicht gut. Habe ich erwähnt, dass das gar nicht gut ist? Aber du hast einen Plan? Ich muss dir helfen, den Schattensauger zu verstärken? Mhm. Mit Hilfe der Kraft der eingefangenen Schattensucher habe ich das Gerät gestärkt, sodass du mit ihm die Risse in Silverglade schießen kannst. Und gleich sogar mehr. Wenn du das Gerät sehr viel benutzt, musst du wieder zurück zu mir kommen, um den Schattensauger zu leeren und neutralisieren zu lassen. Aber jetzt los nach Silverglade und alle die Risse mit den neuen Blitzkreiskräften schließen. Vergiss nicht, zuerst die Abwehr der Risse mit dem Schattensauger zu schwächen. Dann die blauen Risse mit deinen Kräften zu neutralisieren, bis du die ganze Energie abgesaugt hast. Das sollte sich schließen. Viel Erfolg. So, unser Sauger ist gepimpt worden von ihm. Und jetzt geht's wieder mit dem Transporter nach Silverglade. Und jetzt schließen wir die Risse. Damit wir die Menschen halt alle da retten. So, wir auf nach die Farm. So. So, wir steigen hier dann schon mal ab. Hier ist ja der erste Riss. So, wir saugen jetzt erstmal die magische Abwehr ab. So, und jetzt brauchen wir die blauen Sternchen. So, wir sind ja der erste Riss. So, wir haben den ersten Riss geschlossen, wie ihr seht. Der ist schon mal weg. Dann machen wir hier auch sofort mit dem zweiten weiter. Hoffentlich kommen die Sternchen jetzt ein bisschen schneller, umso schneller sind wir mit der Aufgabe durch. Also, ihr müsst die Sternchen halt immer einmal anklicken. Und dann seht ihr ja, dass der Balken runter geht. Also, easy peasy Aufgaben. So, wir saugen dann wieder alles ab. Bye. So, wir sind jetzt mal ein paar Abwehr. So, der ist auch weg. Haben wir schon mal drei. Machen wir ja erstmal wieder einen auf Ghostbusters. Ich brauche schon ein paar Sternchen, wo ich draufklicken kann. So, wieder einer weg. Und Dream Dancer grast hier erstmal. Genau, alles klar. Ghostbusters, yay! Tschut, tschut, tschut. Jetzt brauchen wir halt, wir brauchen Sternchen. Und Sternchen kriegen wir die Energie ja da unten nicht runter den Balken. So, damit haben wir alle Risse hier in Silverglade geschlossen. Silverglade ist gerettet. Wenn du und Alex nicht zusammengearbeitet hättet, hättet das alles furchtbar enden können. Dieser sonstige Ort ist jetzt bewusst, dass er von einer fremden Macht bedroht wird. Und dass selbst die Bevölkerung der ganzen Insel bedroht sein könnte. Aber so viele Fragen sind noch offen. Das ist nur der Anfang von Garnoks Erwachen. Wirst du mit dem bewahren Aedens weiterhin die Insel vor Garnok und den dunklen Machenschaften von Darkor beschützen? Was auch immer mit Jorvik passiert, du wirst eine Schlüsselrolle in unserer Geschichte spielen. Heute hast du einmal wieder bewiesen, dass du wahrlich heldenhaft bist und das Schicksal Jorwigs in deinen Händen liegt. Ja, also wir sind mal wieder ein Retter hier, ne? Ja, so mal Silverglade auch mal ein bisschen von oben zu sehen, ist auch ganz schick, ne? Hier, da ist der Stall von Steve. Da unten stehen wir. Ich lasse das jetzt einmal nochmal ein bisschen rumfahren. Rumkreisen. Dann können wir uns das noch einmal nochmal angucken. Da unten ist halt Alex gewesen. Da ist das Schloss. Ja, man hat ja nicht immer die Möglichkeit, das alles hier so ein bisschen kreisen zu lassen, ne? So, da hinten ist ja von der Baroness die Anlage. So, da waren wir jetzt einmal rum. Dann schwingen wir uns wieder auf unseren Dream Dancer hier. Und dann ab zum Ratsmann. Rette Silverglade, haben wir getan. Das ist spektakulär. Danke, Sabrina. Du hast heute wirklich Wunder bewirkt. Du hast uns gerettet vor dem, was das Ende der Welt hätte sein können. Du bist wirklich heldenhaft. So, dann geht's hier bei Alex weiter. Das war eine Meisterleistung von dir heute. Wir werden uns noch lange daran erinnern. Aber die Gefahr ist noch nicht gebannt. Ich befürchte, dass dies nämlich nur der Anfang ist. Der Anfang von etwas, das ein katastrophales Ende haben könnte. Wir sind fast ohnmächtig nach all dem und müssen trotzdem noch weitere Wunder bewirken. Bist du bereit? Höre Alex zu, um die nächsten Anweisungen zu erhalten. D'Akhor hat ganz klar die Kraft Ganox losgelassen. Ihre Machenschaften lassen die chaotischen Kräfte Ganox aus dem Ruder laufen. Das ist nun sichtbar. Ich habe gehört, dass neue Risse woanders in Silverglade aufgetaucht sind. Man berichtet von einem großen Riss am Weingut und einem anderen auf den Everwind-Feldern. Ich kann von hier schon den rosa Nebel am Himmel schimmern sehen. Reite in diese Richtung und schau dir die Risse an. Schließe sie, wenn du kannst. Ich bleibe hier, um Ordnung zu bewahren. Aber ich komme gerne, wenn du meine Hilfe brauchst. So, dann galoppieren wir hier mal lang. Ah, da hinten, habt ihr gesehen? Da ist schon das rosa Licht. Und da hinten auch. Aber wir flitzen jetzt hier erstmal zu den Feldern. Und das ist auch genau die Farbe, die die Risse haben, von dem Star Stable Logo. Müsst ihr mal drauf achten. So, hier unten auf jeden Fall, das ist die Farbe vom Star Stable Logo mit. So, dann steigen wir hier schon mal ab. Und dann spielen wir jetzt nochmal eine Runde in Ghostbusters. So, der gefährliche Riss leuchtet von pontuarischer Zauberenergie, die in unsere Wirklichkeit zickert. Während er gleichzeitig Stück für Stück unsere Wirklichkeit in eine andere magische Welt sorgt, wie durch ein Abflussrohr. Benutze den Schattensager, um den Riss zu schwächen und ihn dann mit der Kraft des Blitzkreises zu schließen. Wir saugen hier alles wieder ein. So, jetzt brauchen wir nur noch die ganzen Sternchen wieder. So, jetzt brauchen wir nur noch die Risse. So, da haben wir den auch schon mal geschlossen. So, so, da winken wir mal. Ach, Juliette muss das auch noch. Jetzt sagt sie einfach schon Tschüss zu uns. Oh, sie möchte mit uns befreundet sein. Aber komm, wir laden dich noch zum Club ein. So, wir haben eine neue Freundin gefunden. Ja, also der Club ist ja halt nur freiwillig. Wir haben ja unsere DTC Dynamik Teachers Club. Okay, Juliette schreibt gerade, sie wurde mal gehackt. Das ist ja natürlich echt ärgerlich. Das ist ja natürlich echt ärgerlich. So, da ist die Juliette erstmal schon gegangen. Und wir machen hier jetzt weiter. Ja, der leuchtet. Und das ist genau der gleiche Text wie bei dem anderen Riss. Und wir nehmen auch hier die Aufgabe an. Und einmal absaugen hier so. So, jetzt brauchen wir wieder die Sternchen. Und jetzt brauchen wir wieder die Sternchen. Und dann schafft, den Rest zu schließen. Genau. So. Und dann galoppieren wir mal ganz schnell wieder nach Silverglade zu Alex. Und dann geht das. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich weiß nicht, was Herr Sanz und seine Handlanger wieder so treiben, aber es ist klar, dass Garnok viel aktiver denn je ist. Wir müssen, jetzt müssen wir helfen, indem wir uns um die neue Risse kümmern. Die können jederzeit auftauchen und glaube mir, es wird immer mehr geben. Ich versuche, so viele zu schließen, wie ich kann. Bist du bereit, mir zu helfen, Jorvik vor den pandorischen Garnok-Bedrohungen zu beschützen, selbst wenn wir dabei bis zum Ende aller Zeiten und sogar noch weitergehen müssen? Nimm Alex' Angebot an. Ja, das machen wir. Du, Sabrina, wir haben einen wichtigen Auftrag für dich. Als Bewahrer Aedans ist es unsere Pflicht, Jorvik vor dem Untergang und dem Verschwinden von pandorischen rosa Nebel zu retten. Von jetzt an müssen wir Wache halten. Jeden Tag müssen wir bereit sein. Das Einfachste ist es, auf dem Berg zu reiten und das Land zu überschauen. Glaube ich. Möge das Licht Aedans über uns alle leuchten, in diesen schweren, rosa, schimmernden Zeiten. So, damit ist hier die Quest abgeschlossen. Es hat sich da jetzt aber wieder ein neuer Questreiter in Wallendale aufgegeben und einer hier beim Silvergate Schloss. Und wir machen jetzt hier erstmal wieder einen Schnitt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Tschüss, tschüss.